Sie sind hier, 14. Juli 2018, 16.44 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Liseiro soll bei Borussia Dortmund auf dem Wunschzettel stehen, Urheberrecht, Getty Images, Borussia Dortmund soll offenbar einen brasilianischen Mittelfeldspieler im Blick haben. Ihr 20 Jahre alte Liseiro spielt beim FC Sao Paulo. Borussia Dortmund schaut sich offenbar in Brasilien nach möglichen Neuzugängen um. Wie mehrere brasilianische Medien berichten, soll dabei Liseiro vom FC Sao Paulo in den Fokus geraten sein. Ihr 20 Jahre alte Mittelfeldspieler soll bereits mehrfach von den Schwarz-Gelben beobachtet worden sein. In der laufenden Saison bestritt er elf Partien für sein Team, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung. Zwar hat der BVB mit Thomas Gilaini bereits einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet, dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die Schwarz-Gelben einen weiteren Spieler holen. Punkt. Auch Jean-Michaël Seri galt offenbar als Kandidat, wechselte nun aber zum FC Fulham. 定 1942 mehr Woche Mal mit Thomas Gilaini-R